Ziehen Sie die roten Kräfte nach unten. Sollte es mehr Luft benötigen, führen Sie beim Mund mehr Luft zu, um die Wäste aufzublassen. Die Schwimmweste ist mit einem Licht und einer Pfeife ausgestattet. Wir führen auch Schwimmwesten für die Glamm mit. Ihre Sicherheitskarte befindet sich in der Sitztasche vor Ihnen. In dieser befindet sich die Beschreibung der Notfallausrüstung und der Verfahren an Bord. Lesen Sie sich diese Bücke sorgfältig durch. Die Sprecher sind mit dem Schraubunen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.